lustiger roboter hallo freunde heute ist es endlich soweit flugauto renntag ich fliege mit meinem superschnellen megamax zum start hier sind die wettbewerber oh wow ich weiß gar nicht wer von denen gefährlicher ist das superschnelle rote auto das taxi oder der aston martin oder dieses riesigen megamobil eindrucksvoller konkurrent ich glaube das wird ein richtiger kampf fertig für das rennen autos auf die plätze fertig los hurra los geht's flieg wow das ist unbeschreiblich mit dieser geschwindigkeit über die stadt zu fliegen oh das ist atemberaubend das erste hindernis der schwarze tunnel das ist eine herausforderung dunkler tunnel mit hindernissen das ist keine einfache aufgabe durch den tunnel zu fliegen und nicht anzustoßen aber das wird schon ich habe eine geheimwaffe ein nachtsichtsgerät ich werde es jetzt anstellen es hilft mir durch den tunnel zu fliegen und die gegner zu schlagen fängt mich doch leute ups der aston martin fliegt mir einfach hinterher auf den muss ich acht geben das ist okay wir schaffen das schon super gemacht fliegender megamax oh hier ist der tunnel zu ende hurra wir haben gerade den ersten teil des rennens geschafft das ist ganz schön anstrengend freunde das erste hindernis war nicht einfach und das zweite wird hinweg schwarze ich will gewinnen nach diesem fliegen will man gar kein normales auto mehr fahren das zweite hindernis die schlucht der gefahren wow die schlucht der gefahren das ist kein witz das wird gar nicht einfach da durchzufliegen und den brocken an den Geröll auszuweichen und das mit super Geschwindigkeit, das sind wirklich Gefahren diese ganzen spitzen Steine. Oh, seht ihr, es ist sehr schwierig für alle Gegner hier in der Schlucht, alle Fahrer sind angespannt und haben Angst die Steine zu treffen und der Tacho zeigt Hochgeschwindigkeit, so viel Adrenalin. Aston Martin, was ist das, er hat sich geschlagen Freunde, das kann ich nicht glauben, mein fliegender Megamax wurde geschlagen, ich muss schneller werden, ich gebe noch nicht auf. Hm, das habe ich nicht erwartet, ich habe euch am Anfang des Rennens gesagt, dass man alle Gegner ernst nehmen muss. Das dritte Hindernis Geschwindigkeitsringe Schaut, die Ringe sind nicht nur in der Stadt, sondern auch außerhalb. Oh nein, wir müssen das Steuer richtig gut festhalten, um durch jeden Ring zu fliegen und nicht anzuhauen. Los geht's Freunde, ich muss den Aston Martin schlagen und um jeden Preis Erster werden. Ich werde meinen Sieg nicht aufgeben, umbrechen und biegen nicht. Pass auf Aston Martin, ich bin dir auf den Fersen, ich schlage dich, sei bloß vorsichtig. Ja, 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 ich werde ihn schlagen. Los, los. Hurra. Ich habe es geschafft, Freunde. Ich habe Aston Martin geschlagen. Hurra. Ich habe es geschafft. Uuuh. Geschafft. Ich habe gewonnen. Der heutige Winner ist Handwerker Andy in seinem Megamax. Ihr könnt mir gratulieren Freunde, ich habe den ersten Platz im Flugautorinnen gemacht. Ich bin so stolz, ich fühle mich so gut. Danke für eure Unterstützung, bis bald! Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.